Finale beim Snowboard Cross Weltcup auf der Reitalm ist gestartet. Ja und da haben zwei Damen einen sensationellen Start erwischt. Das heißt, das Feld in diesem großen Finale wird... ...und ganz ganz vorne weg oder können die Damen, die auf A3 und A4 sind's doch, sich noch anrufen. ...platz vier ab, passt Sturz zweimal, somit zwei Damen über. Ja, und jetzt heißt es natürlich so schnell wie möglich wieder auf die Beine in den Kurs kommen. Ja, und da sind natürlich die Beine in diesem Rennen. Ja, und mit diesem Abstandssept, da sollte jetzt nicht mehr viel anbrennen, wenn wir das abdrucken. Jetzt sind wir bereit, aber es wird spannend, natürlich, die ganzen Rennen. Und auf der Zwei, witzig, das ist jetzt. Ein ganz, ganz großes Name, Michaela Mojoli. Ja! Ja! Woo! Ja! Ich bin so glücklich, dass ihr okay seid. Ja! 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 Ja!